Leute, ich begrüße euch zum neuen Video hier auf dem Techfishing Fels Kanal. Ich bin gerade auf dem Weg zum Angelplatz. Es steht danach Ansitzangeln auf dem Programm. Bin ein bisschen spät an schon, also die Sonne verschwindet schon so langsam hinterm Berg. Ich muss mich ein bisschen sputen, dass ich zum Platz komme. Ich habe jetzt noch ein Stück. Wenn ich dort bin, melde ich mich wieder. In der Zeit seht ihr das Intro und dann starten wir. So also, ich bin am Platz angekommen. Ich habe meinen Platz ausgesucht und ich bin sauspät aus dem Büro rausgekommen. Ihr werdet das wahrscheinlich kennen, Freitagsabends, wenn man noch ans Wasser will. Dann muss es manchmal schnell gehen. Ich habe hier einen Platz, von dem ich mir echt viel verspreche. Ich habe hier tiefes Wasser. Ich habe hier die Möglichkeit, flach zu fischen und genau das werde ich euch auch machen. Wie genau, das werde ich euch später noch zeigen. Aber nachdem jetzt hier das Schirmzelt aufgebaut wurde und die Route schon im Routenhalter steht, die erste, zwar noch nicht ausgelegt, aber schon soweit bereit, muss ich jetzt noch die letzten Montagen zusammenknüppeln. Dann schauen, dass alles ins Wasser kommt. Einfach um die Chance zu haben, die erste Dämmerungsphase noch mitzunehmen. Ich glaube, ich muss eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, aber nehmt euch bitte daran kein Beispiel. Das kommt dabei raus, wenn es oft schnell gehen muss und man denkt, ja komm, ich leg das mal da rein. Da passiert schon nichts. Aber ihr seht ja, es passiert einiges und das kann ich euch echt nicht empfehlen. Es soll Angelgerätehersteller geben, die tatsächlich Taschen verkaufen mit so Fächern, wo man das dann einräumen kann, damit genau das nicht passiert. Ich kann euch nur den Tipp geben, benutzt das. Ich habe das ausprobiert, wenn man es nicht benutzt und ihr seht es ja. Also ich fische hier heute mit zwei unterschiedlichen Montagen, weil ich auch verschiedene Köder heute spontan reinbekommen habe, kann man so sagen. Eigentlich war geplant, einfach nur mit Tauwürmern zu angeln. Aber ich habe dann Glück gehabt und habe ein paar Stipper getroffen und da konnte ich dann gegen Bier noch ein paar Köderfische eintauschen. Gegen ein kaltes Bier haben die sich dann nicht lumpen lassen und haben wir da wirklich noch ein paar richtig schöne nennenswerte Köderfische abgegeben. Also damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Deswegen werde ich jetzt eine Route mit Tauwurmbündel Purfischen und die zweite Route mit Köderfisch. Allerdings werde ich bei dem Köderfisch auch noch ein paar Tauwürmer dazu hängen, einfach um ein bisschen Bewegung noch zu haben. Das hier, was wir jetzt hier sehen, ist das Vorfach zum Tauwurmangeln, also pur Tauwurm. Zwei dezente kleine Drillinge. Die werde ich jetzt vollballern mit Würmern. Dann 15 Gramm U-Pose und ein Vorfach war so circa, ja, ich würde noch sagen 80, vielleicht 90 Zentimeter lang ist. Ich will heute gar nicht weit weg angeln vom Grund, nur gerade so, dass ich Ruhe habe vor Grundeln. Ja, die zweite Montage, die zeige ich dann später. Jetzt kommen hier mal Würmer drauf und dann lege ich die aus. So sieht das schon ganz gut aus. Wichtig ist halt davor immer noch mal zu testen, ob das Ganze schwimmt. So, hier habe ich jetzt die besagte Köderfischmontage. Ganz simpel, wie ihr das kennt, standardmäßig Einzelhaken, Drilling. Relativ kleine Haken, kleinen Mr. Wallahook und einen kleinen Pro-Travel. Dann hier 15 Gramm U-Pose. Genauso schicke ich das Ganze jetzt ins Rennen. Ich werde an beide Haken noch ein, zwei Tauwürmer dranhängen, um einfach ein bisschen Bewegung zu bekommen. Ist immer noch so ein kleiner Bonus, sag ich mal, zu einem toten Köderfisch obendrauf einfach. Nicht wundern, ich sehe auch immer tote Köderfische mit Gummis. Normalerweise kennt man das ja nur so vom Angeln mit lebenden Köderfischen im Ausland. Aber ich habe es ganz gerne so, weil dann habe ich, wenn ich einen Fehlbiss kriege oder eine Attacke, nicht das Risiko, dass er mir dann doch irgendwie verloren geht. Ich sehe gerade das Vorfach. Hier hätte man sogar noch einen Tick kleiner machen können, aber das geht jetzt hier so schon. Hinten über der Afterflosse durch. Gummi von der anderen Seite drauf. So, und jetzt habe ich hier halt den Köderfisch so angeködert. Der steht jetzt gleich so in der Strömung. Natürlich hängt da ein Stück, weil hier die Strömung nicht so ganz stark ist, aber das macht gar nichts. Der Waller weiß, dass er was Totes frisst und von daher braucht man sich da auch keinen Stress machen. Meiner Meinung nach. Da gehen ja auch die Meinungen auseinander. Aber ich sage euch, einen Fisch, der den Herzschlag von seiner Beute feststellen kann, den machen wir nicht vor mit ein paar Auftriebskörpern, dass da irgendwas lebendes vor ihm ist, was er frisst. Das ist meine Meinung. Vorne und hinten noch ein, zwei Zauwürmer drauf. Müssen jetzt gar nicht mehr viele sein. Der Köderfisch macht halt den Hauptlockreiz aus. Hat halt auch den Vorteil, wenn andere Weißfische kommen und versuchen die hier abzufressen, hat man außen rund um den Köder im direkten Umfeld auch nochmal Verwirbelungen bzw. eben einfach Aktivität, was auch wieder ein Räuber dann anlocken kann. Überall rauben jetzt schon die Rapfen. Die sind unterwegs heute Abend. Eigentlich ein ganz geiles Zeichen immer. Ich finde es immer gut, wenn man auslegt und man merkt, dass das Wasser lebt, das Leben drin ist. Das ist dann meistens für die Welse kein so allzu schlechtes Zeichen. Und so geht das Ganze dann jetzt einfach ins Rennen. Schauen wir mal. Das ist jetzt die tiefe Montage. Die andere mit den Würmern liegt flach. So haben wir beides abgedeckt. Leute, die Routen liegen. Perfekt in Position meiner Meinung nach. Ich bin mal gespannt, ob die Fische das genauso sehen. Eine flach, eine tief. Ich gucke mal, ob es gleich noch passt mit dem Licht. Wenn das noch passen sollte, dann seht ihr heute Abend noch die Zeichnung quasi vom Plan, was ich hier heute vorhabe oder was ich mir heute ausgedacht habe. Ansonsten zeige ich euch das morgen früh in aller Ruhe bei einer Tasse Kaffee. Das hat ja noch Zeit und läuft nicht weg. Dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir hier so langsam Ordnung schaffen. Es ist immer so ein bisschen, gerade wenn es alles immer so kurz vor knapp ist, immer ein bisschen chaotisch. Alles liegt im Weg. Das müssen wir jetzt mal aufräumen, damit das heute Nacht hier ein bisschen vernünftiger über die Bühne geht, wenn der Ernstfall eintritt. Und dann wird man nachher auf jeden Fall noch den Grill anschmeißen. Ich bin gespannt. Drückt mal die Daumen. So und ich habe jetzt die ganze Zeit, wenn ihr aufgepasst habt, von wir gesprochen. Und der Zweite im Bunde, heute Abend ist mein Kumpel Jan Martin. Den kennt ihr schon aus dem Klopf-Video, wo wir zusammen unterwegs waren. Wenn nicht, verlinke ich das Video mal gerade hier, für die, die es noch nicht gesehen haben. Und der Jan Martin hatte die Güte, heute Abend hier vorbeizukommen. Und nicht nur vorbeizukommen, sondern auch noch hier einen Grill mitzubringen, sodass wir uns hier noch ein paar Wirscht kredenzen können. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, zur Feier des Tages gibt es jetzt erstmal ein eiskaltes Radler. Ich glaube, es gibt nicht viel geilere Sachen als nach einem richtig heißen Sommertag, nachdem er alle Routen gesetzt hat, alles gewissenhaft gemacht hat, alles zum Platz geschleppt hat und sich abgemüht hat, ein eiskaltes Radler oder ein eiskaltes Bier aus der Kühltasche zu ziehen und sich das zu Gemüte zu führen. Aber, wo wir gerade bei guten Sachen sind, will ich jetzt, bevor wir in die Nacht gehen, auf jeden Fall noch die Gelegenheit nutzen und darauf hinweisen, dass ihr unbedingt mal auf ZEG Plus vorbeischauen solltet, falls ihr das noch nicht getan habt. ZEG Plus, der neue Video-Streaming-Dienst, gibt es jetzt auch als App im App-Store oder im Play-Store. Könnt ihr euch laden, kostet alles nichts, aber dafür gibt es jede Menge, jede Menge richtig coole und abwechslungsreiche Videos zu jeglichen Zielfisch-Arten, völlig werbefrei und vor allen Dingen immer einen Tag früher als die YouTube-Videos, die hier veröffentlicht werden. Das heißt, wenn ihr zukünftig diese Videos hier auf ZEG Fishing Wells, wenn ihr die einen Tag früher sehen wollt und das dann noch ohne nervige Werbeunterbrechung, dann auf jeden Fall bei ZEG Plus vorbeischauen und dann kriegt ihr genau das Plus noch ganz, 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 ganz viel mehr. Schaut auf jeden Fall vorbei, es lohnt sich. So Leute, ich weiß nicht, ob ihr das hört durch das wasserdichte Case, aber jetzt kam gerade hier ein Biss, es wird schon so langsam professionell, ich weiß nicht, wo es ist. Biss auf die Uferna Montage. Ihr seht ja, was hier gerade vor mir kämpft. Mega. Ich freue mich, geil. Ich muss hier nur noch sauber raus und dann passt das hier. Ja. 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 Geiles Ding ey! Sehr geil! Sehr 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 geil! So Freunde der Kunst, zeige ich euch den Fisch mal. Gar nicht so schlecht für das Heimatgewässer. Ja, da ist er. Der Fisch aus der Uferkante kam bei drei Meter Wasser auf das Taubumbündel. Richtig geil! Ich weiß nicht wie viel Ufer wir haben, ich habe noch nicht auf die Uhr geguckt, aber richtig, richtig, richtig schöner Fisch, schöner Erfolg. Super! So, ich habe jetzt mal gerade auf die Uhr geschaut und der Fisch kam so circa viertel nach vier, zwanzig nach vier. Gar nicht mal so untypisch. In der warmen Jahreszeit hat man es eben oft so, dass die Aktionen dann kommen, wenn es wirklich am kühlsten ist. Das heißt, wenn die Temperaturen am weitesten in den Keller gegangen sind. Übrigens, falls ihr mal ein Video sehen wollt zur Platzwahl im Sommer, da werde ich das Thema, was ich gerade genannt habe, auch wieder aufgreifen. Dann schaut euch auf jeden Fall mal das Platzwahl-Sommerwälse-Video an. Das kann ich mal an der Stelle hier gerade verlinken. Oh, jetzt war hier gerade Aktivität, Raubfischaktivität. Sehr geil! Ja, und jetzt kommt noch ganz kurz ein Thema, was ich auch noch ansprechen wollte. Das hängt damit zusammen. Und zwar ist es so, wenn es dann so halb fünf, fünf ist und dann stellt sich natürlich die Frage so, was mache ich jetzt? Lasse ich die Route jetzt draußen oder lege ich sie nochmal nach? Von der Zeit her, die ich jetzt noch hier bin, das heißt wahrscheinlich bis in den späten Vormittag, weil ich hier heute Morgen noch ein paar Sachen abzufilmen und abzufotografieren habe, würde es sich auf jeden Fall nochmal lohnen, gerade weil die Vormittagsstunden bis um neun oder zehn Uhr auch immer nochmal einen Fisch bringen können. Dann steht dem aber immer entgegen so, dass auch um die Uhrzeit vier, fünf, sechs Uhr es meistens tatsächlich so ist, dass viel, viel Aktivität auf dem Wasser ist. Ja, die Dämmerung bricht so langsam herein, die Morgendämmerung und die Fische merken das und werden aktiv. Und dann ist es immer so ein bisschen so ein Zwiespalt, ob man da dann nochmal mit dem Motor reinbrechen möchte in diese Ruhe beziehungsweise in diese Aktivitätsphase. Und da kann ich euch sagen, hat mir die Erfahrung gezeigt, macht das ruhig. Die Wälse lassen sich vom Motor gar nicht so krass stören, wie wir das immer meinen, das ist meine Erfahrung. Also ich habe schon Fische gefangen, kurz nach dem Auslegen wirklich die Route abgelegt und ich war nichtmals zurück bis zum Routenhalter und das ist passiert im Wasser, da war es keine zwei Meter tief. Also das ist den Fischen, ich sag mal, zumindest phasenweise ziemlich egal und in den meisten Phasen ist es denen egal. Wenn ihr dann noch tief angelt, dann ist es sowieso egal. Also macht das ruhig, investiert dann die fünf Minuten, in denen ihr die Routen legt. 20 Minuten später hat sich die Situation dann eh wieder beruhigt, aber dann angelt ihr wieder mit zwei Routen effektiv und das kann ab und an mal noch den ein oder anderen Bonusfisch bringen. So, ich verziehe mich aber jetzt nochmal eine Runde in den Schlafsack. Allzu früh wollte ich jetzt doch nicht aufstehen, immerhin ist Samstag, da kann man ruhig mal schlafen bis um halb acht, finde ich. Und vielleicht kommt ja noch was. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ich bin auf jeden Fall schon super happy mit dem Ergebnis bisher. Musik Musik So Leute, es hat sich gelohnt die Route wieder zu fragen. Zweiter bis jetzt, bis jetzt so ungefähr anderthalb Stunden später, diese Dämmungsphase hat es mal in sich gehabt. Musik 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 Das war's. Die Montage mit dem einzelnen Drilling, den zweiten musste ich eben beim Lösen vom ersten Fisch kappen, weil es anders nicht zu machen gewesen wäre. Ich habe dann einfach mit dem einzelnen Drilling gefischt und es funktioniert genauso gut. Super geil. So Leute, da ist er. Der zweite Fisch der Session. Richtig cool. Kam wieder auf die flache Route. Ich würde sagen, das hat gepasst. Geil. So, Kaffee ist gekocht, so wie sich das gehört an einem schönen, entspannten Samstagmorgen. Zeit, Resümee zu ziehen nach der Nacht. Also ich muss sagen, ich bin absolut zufrieden. Ja, ich wäre schon mit dem einen Biss, der einen Aktion zufrieden gewesen, auch wenn der Fisch noch wesentlich kleiner gewesen wäre, als die 1,52, die er übrigens hatte für diejenigen, die es interessiert. Aber letzten Endes wurden es zwei Attacken, beide Attacken kamen auf dieselbe Route, hat sich also gelohnt, die Route wieder rauszulegen. Zwei Stunden nah am ersten bis ungefähr, vielleicht auch zweieinhalb. Also ich bin, wie gesagt, absolut happy. Aber ich bin euch auf jeden Fall auch noch was schuldig. Und zwar habe ich ja gestern Abend nicht mehr den Plan euch gezeigt, den ich für die Nacht hatte. Und das will ich jetzt nachholen. Ich habe hier wie immer was vorbereitet. Ich drehe die Kamera. Ihr seht es hier. Wir haben hier die komplette Flussbreite. Ein Ufer, zwei Ufer. Was hier gestrichelt einskiziert ist, ist im Prinzip die Uferkante, die von mir runterfällt Richtung Flussmitte. Die pendelt sich irgendwann ein auf zehn Meter. Dann hält sich diese Wasser tief und dahin geht es wieder raus. Dahinten der Bereich ist aber für uns relativ uninteressant, weil letzten Endes habe ich in der Nacht nur zwei Routen zur Verfügung gehabt. Und dann muss ich mich halt für was entscheiden. Ich hätte auch diese Uferkante noch mitnehmen können und die anfischen können. Habe mich aber dazu entschieden, eben weil es hier auch Schifffahrt gibt, einfach mich auf meine Seite zu beschränken. Das ist ein bisschen unkomplizierter. Und ich hatte auch hier auf meiner Seite genug Spots, wo ich sage, oh, da wird sich lohnen, was hinzulegen. Ja, und ihr seht es hier. Ich habe das folgendermaßen aufgestaffelt, dass ich eine Route mitten in die Uferkante sozusagen reingelegt habe auf 3,50. Also da, wo die Uferkante hochkommt, dann habe ich irgendwann eine 3,50er Tiefe. Das zeige ich euch gleich nochmal genauer. Und eine habe ich gelegt unten in den Fuß der Uferkante auf 10 Meter. Einfach, weil ich beim Auslegen da auch schon relativ viel Echos gesehen habe. Und ich auch von der Ecke weiß, dass hier relativ viel Fisch ist, der auch in der Regel häufig tief steht. Deswegen habe ich die einfach mal tief gesetzt, in der Hoffnung, dass da einer vorbeikommt und sich den Köder weginhaliert. Genau. Die zweite Route hier auf 3,50, einfach weil es recht ufernah war und ich halt einfach so die Möglichkeit hatte, tief und flach zu fischen. Ich habe jetzt längere Zeit nicht hier geangelt, deswegen weiß ich nicht, was gerade passiert. Und dann habe ich immer gerne zwei verschiedene Eisen im Feuer. Deswegen die 3,50 und ihr seht hier, ich habe bei beiden Routen nochmal einen Absenker reingeklemmt. Und das hat den Grund, dass ich vermeiden wollte, dass ich einen zu steilen Schnurwinkel kriege Richtung Köder. Es ist so, ich sitze nicht wirklich weit von den Angelplätzen weg. Also ich angle hier nicht Long Range, sondern auf kurze Distanz. Und je kürzer die Distanz ist, desto steiler ist natürlich der Winkel der Schnur, die ins Wasser läuft. Und da wollte ich einfach sicher gehen, habe dann immer so 5 bis 8 Meter hinter der eigentlichen Montage, hinter dem eigentlichen U-Posenstein und zweiten Stein reingesetzt und bin dann zurück zur Route. Und das hat wunderbar funktioniert. Habe ich auch deswegen gemacht, weil hier nicht viel Strömung ist. Ihr seht es vielleicht, ja ihr habt es wahrscheinlich schon im Verlauf vom Video gesehen. Also der Fluss strömt langsam, aber er strömt nicht wirklich richtig heftig, wie es beispielsweise in den Rhein. Ja, und deswegen fehlt mir hier so ein bisschen auch dann die Kraft, um das Vorfach so Richtung Grund zu drücken. Also die Vorfächer stehen hier relativ senkrecht vom Boden auf und dann ist es noch gefährlicher, wenn ich hier einen relativ spitzen Schnurwinkel bekomme, dass sich da irgendwas vertrallt. Oder vor allen Dingen, dass ich nicht unauffällig angle. Und ich möchte immer, immer unauffällig angeln. So, und weil ich halt einfach der Meinung bin, dass das, was ich heute Nacht hier gemacht habe, anders sich nochmal genauer erklären lässt, beziehungsweise besser erklären lässt, habe ich jetzt nochmal was hier auch skizziert. Und zwar ein Querschnitt vom Fluss. Ich glaube, so versteht ihr noch besser, wie ich heute Nacht hier gefischt habe. So, das ist jetzt der Fluss im Querschnitt. Hier ist die Wasseroberfläche. Das ist im Prinzip die ganze Wassersäule. Das hier ist mein Ufer, was reinfällt zur Flussmitte. Und ihr seht es hier, ich habe halt hier eine Gesamtwassertiefe von 10 Meter. Und jetzt kommt es, was sehr, sehr, sehr interessant ist, ist hier oben dieser Absatz. Dieser Absatz, der dann also erstmal bei 3,50 Meter circa einhält. Ja, also hier kommt zuerst die Uferkante, kommt direkt vom Ufer, fällt die ab, fängt sich dann bei 3 Meter, 3,50 Meter, manchmal auch 4 Meter und fällt dann wieder ganz steil ab auf 10 Meter. Und solche Absätze hier, die sind immer mega interessant. Also, wenn man sowas findet, immer eine Route hin. Und das hat sich auch die Nacht wieder bewahrheitet, weil auf dieser Route kamen heute Nacht wieder zwei Fische. Das ist dann halt so eine Route. Da können entweder Fische kommen, die von unten hochkommen, um am Ufer oder im flachen Uferwasser zu fressen. Die kommen dann erstmal hier über den Buckel und fangen sich dann erstmal hier, weil hier auch in der Regel sich immer erstmal nochmal Futter sammelt für Futterfische und deswegen sammeln sich hier auch Futterfische, ja. Und dementsprechend halten die Wälse, die von unten hochkommen, die finden sich hier auch wieder, sozusagen. Und es finden sich hier die Fische wieder, die einfach an der Uferkante entlang wandern und die ganze Zeit schon auf dieser Höhe sind, ja. Und deswegen ist das immer ein richtig geiler Platz und das hat sich wieder gezeigt und das ist so geil, weil das ist auf jeden Fall eine Regel, die man mal ableiten kann, die Bestand hat. Es ist ja tatsächlich oft so, dass es halt Regeln gibt, die in dem Moment, wo man denkt, man hat sie gefunden, sich sofort wieder zerschlagen, weil irgendwas Gegenteiliges passiert. Aber das ist auf jeden Fall eine Regel. Wenn ihr so einen Absatz findet, der kann auch mal weiter unten sein. Also es kann auch sein, dass hier jetzt noch ein zweiter Absatz drin gewesen wäre. Dann hätte ich sogar gucken müssen, ob ich die eine ganz tief lege. Wahrscheinlich hätte ich die zweite dann auch hier auf den Absatz irgendwo hingelegt, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte. Also da muss man immer flexibel bleiben, aber wenn ein Absatz da ist, auf jeden Fall immer eine auf den Absatz. Das ist die Regel. Jo, ich lasse mir jetzt mal einen Kaffee schmecken, und dann nachher gemütlich zusammenpacken, bevor es dann richtig warm wird wieder. So Leute, hat jetzt doch noch alles ein bisschen länger gedauert, bis ich hier wegkomme. Ich hatte noch ein bisschen Arbeit für das ZEG-MEC. Wer das noch nicht kennt, unbedingt mal nachschauen. Jetzt kurz vor Schluss nochmal der Hinweis zu ZEG+. Denkt auf jeden Fall dran, dort mal vorbeizuschauen. Wer es noch nicht hat, die App einfach downloaden, völlig gratis. Und ich glaube, ihr werdet, wenn euch diese Videos hier gefallen auf ZEG+, definitiv euren Spaß haben. Unter anderem, weil diese Videos hier natürlich auch bei ZEG+. laufen, aber auch noch Videos in einer ganz anderen Qualität von Film einfach. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Fangt euch ein paar Fische. Bis zum nächsten Mal und dann hoffe ich, dass wir uns in einem der nächsten Videos sehen. Macht's gut, bleibt gesund und bis dahin. Ciao.